Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Pempelfort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 31 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Untertitelung des ZDF für funk, 2017